Yo Leute, wir sind gerade live auf Twitch im Sabaton, kommt vorbei, kommt vorbei. Also die Schafe, er macht's outside Fade. Siehst aus wie eine Birne, welcher ist dieser Erotik-Barber. Aaaaah! Renn! Fischler Chill! Wow, 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 wow! Oh hey, oh no! Bro, ich hab nur vom Boden gelesen. Didi! Bro, trainiert für später! Zika, was hast du im Schilde, Bro? Come on, Bro! Lass mich schlafen, Didi! Didi, lass mich nicht schlafen! Chats! Ohhhh, was ist das? Ohhhh, warum bin ich einkült? Chats! Ey Leute, ich hab wirklich keine Kraft, ich hab so schlecht geschlafen, wenn ich überhaupt geschlafen hab. Ich hab so Kopfschmerzen. Ich hab so Hunger! Bachelor macht für dich Kool-Aid und KMC! Furz aus der Schule habe ich gerade getan! Zehn Sass, wenn du Bachelor drückst! Wie viele Subs bis jetzt? Ohhhh, noch keinen! Ich hab so viel Spaß gemacht! Ohhhh, ich hab's! 1945! Kann Draco, Jay, Nonsalot ein Backflip auf den D machen? Das sind wir nicht! Das sind wir nicht! Wir sehen nicht so aus! Ohhhh! 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 Dönerspieß-Fade! Heute billiger, morgen teuer, Arkad! Franklin von GTA! Village-Barber mit Schaufeln! Ohhhh! Ohhhh! Minecraft-Helm! Bro's Haare sehen aus wie Kopf! Wie Sackhaare! Maya-Cut Friseur! India-Freestyle-Hair-Cut! Bachelor lacht einfach! Ja ... Fürlamin! 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 POV hatte kein Geld dabei, Sigma-Face, vorne Business, hinten Party, A-Hercuts, sieht aus wie mein 2K-Flayer, Pils, A-Hercuts, er versucht zu retten, Bowling-Kugel, A-Frieser, seine Haare machen Rills, Retired A-Barber-Haircuts. Meine Haare geschnitten? Äh, ja. Das kann der Minis ist gut, ne? Dankeschön, Indy, eine Frage, Indy, willst du dich jetzt auf sein Gesicht setzen, oder er nicht? Gehst du immer noch Live-Badger? Nein. Digga, und ich hab jetzt wirklich jetzt ernst auf eine Frage, und was ist jetzt dein Problem, Digga? Du nervst. Warum? Weil ich existiere? Was hab ich gemacht? Digga, weil du frech bist einfach. Benimm dich, wir sind keine Freunde, so kannst du nicht mit mir reden. Bro, und wenn du mit mir so reden möchtest, dann versuch doch die Sache... DA REBEN DRACO! Dann können wir gerne. Lass meinen Mann in Ruhe, Digga. Pass auf, Drekko, dass du keine Pilze bekommst von seiner Maschine. Woah! Muss ich Angst haben? Oh, ich will keine Pilze! Wie? Können du Finneas und Virg? Bro, literally, du siehst aus wie Finneas, einfach dreieckiges otra. Stop the cap! H 对, Hör. Hör, Hör. Diese ******! Oh, warum ist die so sauer? Oh... Oh, 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 oh! Warum ist hier noch so viel Platz? Das wird sich schnell ändern. Ich habe dir jetzt schon gedacht! Es hat mir die... Papa! Hilfe! Das kann Papa Hilfe gerufen. Ja! Der Papa wird dir nicht helfen. Jetzt muss ich meine Füße zeigen! Oh nein! Willst du dieser Sub? Bro hat Monkey Cuts. Er macht die glatzen Glitarshaare drauf. Black Lives Matter. Auf wie viele Subs kann man ihn erwerben? Vertrauebos kann wirklich stehen. Ich werde da sein! Zurück! Bisschen hier! Bisschen da! Da eingeladen! Danke! Wo hast du meine... Ah, dein T-Shirt! Ich ziehe es draußen aus! Ja, am besten! Ja! Okay! Tschüss! Tschüss! Hier ist meine Tasche, ne? Warte! Okay! Mein T-Shirt ist... Achso, ja, okay! Okay, bye-bye! Bis zum nächsten Mal! Tschaui! Tschau! Da! Ey, am Ende, ich verwechsel dich mit Amalia und ich gebe dir aus für den Bergschutz! Das ist kein Problem! Ja, hab ich ja schon gesagt! Okay, Mami! Okay, Mami! Okay, Daddy! Ohhhh! Man sieht dich gar nicht! Amalia, mein Crush! Ja, du auch mein Crush jetzt! Bro, hatst du denn da? Nein! Es sieht noch im grünen Bereich aus, also noch nicht so... Reicht! Draco Freaky! Freaky! Bist du sehr freaky, würdest du sagen? Ja, ich bin schon freaky! So außer Tach-Tach, was war so das Freakieste, was du so gemacht hast? Gag-Gag so! Gag-Gag? Was? Du? Nein, nein! Oh mein Gott! Amalia hat mir auch nie festgeschickt, ey! Let's go! Ich hab den Link sonst verkauft! Amalia, du bist die Beste! Danke, Amalia! Leute, wir haben den Link! Wait, wo seid ihr? Mach auf, Bro! Wir haben den Link von Amalia bekommen, Bro! Wir haben ihn bekommen, Bro! Steh auf! Ey, Leute, ich bin so ein Fisch! Amalia! Du bist meine Mami! Love you! Love you! Ich hab ein bisschen gewundert, warum du dich anhoost! Ja, du weißt, ich bin nicht Horniser, aber du weißt, wir müssen uns mal wieder sehen! Oh, wieso überlegst du so lange? Was ist daran lustig? Ja, können wir machen! Du weißt, es hat doch immer so Spaß gemacht! Ich habраненное影片 mit Wonink! Una Deus! Katastrof,gradig?